Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Naivo. Wir sind auf dem Kanal von Hi-Blu-Blu. Wir wollten ein Interview. Kommt mal mit ins Café, wir müssen reden. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Naivo. Ich bin mit der 4-7 Army im Café. Heute wird Tacheles geredet. Kommt alle vorbei. Ey, Bruder, wer hat die Fragen von euch? Ich hab auch die Fragen von euch. Schieß mal los. Wie bist du damit umgegangen, als viele im Battle Game Psycho gesagt haben, du seist zu Unrecht weitergekommen? Auf erste Frage. Wie bist du damit umgegangen, als alle im Battle Game Psycho gesagt haben, du seist zu Unrecht weitergekommen? Ich hab da ein bisschen was gelesen, weißt du, dass da ein paar Leute rumgeholt haben. Aber ganz ehrlich, Bruder, ich bin nicht unverdient weitergekommen. Ich hab einen guten Song abgeliefert, ein gutes Video haben wir abgeliefert. Und meine Runde war krass, fand ich so. Definitiv. Auf jeden, Alter. Also finde ich jetzt nicht, dass ich es unverdient habe. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum. Ich mein, jeder soll hören, was er will. Aber, Bruder, ich kann mir in diesem Cycle, ich kann mir das zum Beispiel gar nicht anwerfen. Ist das der mit der Maske da? In diesem Wald, oder was? Bruder, was war das, Alter? Das war eine Runde gegen dich, Bruder. Und ich fand, das hat mir gereicht. Und deswegen, ich hab's gewundert, dass da so... Bro, ich hab nicht verstanden, wieso so... Ja, hab ich nicht verstanden, ganz ehrlich. Weil ich hab den beim ersten zwei-, dreimal hören, hab ich den gar nicht verstanden, so. Ehrlich nicht. Ja. So. Also ich hab den, dass Leute nicht verstanden sind. Kollege, den den Schwanz aus dem Mund. Wenn du rappen tust. Okay? Das ist das. Nächste Frage direkt, Ruhe. Pass auf, nächste Frage. Wieso hast du Juliens Blog auf deinem Track Asche gedisst? Immerhin hast du ihm ja einiges zu verdanken. Nicht Anteil an einem Battle-Rap-Tonier, doch meine Jungs meinten, damals mach dich mit bei dem Lappen. Ich nimm paar Klicks aus seinen Nacken, um weiter Bisse zu machen, ah. Aber Julien schreibt am Wochen nicht zurück, Mann, du Fotzerlein, dafür brechen Knochen im Gesicht. Ich bin ein Teilnehmer wie Tiere, ich lass mich nicht ficken, no. Du bist jetzt mein Hund und ab jetzt gehst du mir Kippen holen. Du weißt doch selber, dass dein Neibuch keine Skrupel kennt, reinm Hurensohn auf Julien und werd mich nicht entschuldigen. Ich vermuff, ich mach euch Patiaguar-Reifen, ah. Einiges zu verdanken. Du ein Dreißiger. Boa, Bruder, wenn ich jetzt alles auspacken müsste, so, das wär 30 Minuten lang jetzt. Bruder, du siehst Analyse hier, Analyse da, die reden schlecht über dich, weil die nicht die Wahrheit wissen, Bruder. Jetzt kannst du einmal die Wahrheit sagen. Guck mal, pass auf. Aber ich würd' ich erst mal sagen, in diesem Baum wird nicht gelogen. Ja, Mann, ey. Das ist so, das ist so. Ne, pass auf, angefangen JMC. Dieser Johnny hat mich gedisst zu der Zeit, als Frühmann im Knast war. So fing das an. Ich denk so, was ist das denn für ein Bastard? Der hat gar nichts mit Rap zu tun, Dicke. Der sitzt im Bau. Wenn der rauskommt, Dicke, der macht sich platt. So, ganz einfach so. Weißt du, ich mein, ich schreib Julien, ey, gib mal die Adresse von dem. Der sagt so, ey Dicke, was ist los mit dir? Chill mal deine Bass. Du musst Rap und Straße trennen. Ich sag, Dicke, erzähl mir nicht, was ich machen muss. Und auf jeden Fall sagt er, du kriegst die Chance im JBB. Kannst du den battlen, dies und das. Ich sag, ja, alles klar. Machen wir dann so. Dann dis ich den, hat auch mehr Klicks und so. Dann kriegt er mehr Reichweite und dies und das. Weil ich hab im JMC nur teilgenommen, weil ein Kollege mir gesagt hat, hier, du kannst Klicks machen, hin und her. Weißt du, Sari damals. Und wurde gedisst, mit Julien geschrieben, der mir gesagt so, ne, geht nicht, dies und das. Du bist zu sehr Straße und bla. Ich sag, Dicke, okay, dann lass uns das so regeln. Dann meinte der, ja, schick aber ne Qualifikation, damit die Leute nicht denken, ich hab mich einfach so reingeschickt. Kein Problem, ich mach ne Qualifikation. Ich dis diesen Johnny da drin mit einer Zeile und diese BBM da, weißt du? Alles klar, auf einmal, äh, so, kriegt man mit. Die machen gar nicht da mit. So, und der wusste das aber schon längere Zeit. Das heißt, der hätte mir das schon länger sagen können, so. Weißt du, ich hab nur mitgemacht, um meine Antwort zu geben. Und auf jeden Fall, ich denke, ich hab dann geschrieben so, was ist los? Wie, die machen nicht mit, bla bla. Keine Antwort mehr. So, wochenlang, monatelang, keine Antwort mehr. Ich sag, ich bin mit Quicks gut. Ich sag, Quicks, Dicke, der schreibt mir nicht mehr dies und das. Sagt der, wie, mir schreibt der. Ich sag, laber doch nicht. Ja doch, Bruder, guck, wir waren am chillen, so. Der sagt, Bruder, guck mal, ich schreib den jetzt. Schreib du den mal gleichzeitig auch. Ich schreib den, bei mir kommt nix. Der schreibt, bei Quicks kommt zwei Minuten später ne Nachricht. Jo, Bruder, alles klar und so, dies und das. Quicks und, also Quicks mit ihm geschrieben, gesagt, ey Bruder, bla bla. Na, ich wohne, ich sind Kollegen, du weißt das ja und so. Lass uns nicht aufeinandertreffen. Ne, ich glaub, da war kurz vorm Start vom JBB. Ja, so, ja, alles klar und so, bla bla. Auf einmal wurde ein Turnierbaum gewechselt irgendwie. Und dann stand da auf einmal, wir müssen zwei Runden betteln und dann würden Quicks und ich aufeinandertreffen. Obwohl vorher hieß, ne, passiert nicht dies und das. Und dann hat der angeblich wohl ne Nachricht noch geschickt, so, dass das möglicherweise sein kann, dass wir aufeinandertreffen. Ist ja schön und gut. Wir haben uns direkt vorbereitet. Quicks und ich, wir treffen in zwei Runden aufeinander. Alleine wegen diesem Moves. Was denkt der, wer der ist, dass der mit mir so umgehen kann, so. Oder generell mit den Teilnehmern, der hat jeden wie einen Hund behandelt, so, ne. So, okay, die anderen haben nichts gesagt. Die sagen, ja, ist, äh, Vertrag dies und das. Digga, bei mir, bei mir zieht das nicht, Digga. Du behandelst keinen von uns wie ein Hund. Du nicht, Digga, niemals. So, weißt du, wie ich mein, ey. Und, äh, dann haben Quicks und ich so überlegt. Komm, wir dis und Julien und alle anderen Teilnehmer, nachdem wir zwei Runden andere gebettelt haben. Am Anfang, ich hatte gar keinen Bock mehr, als ich gehört hab, die nehmen gar nicht teil. So, ich kann meine Antwort nicht machen. Hab ich gedacht, komm, ich scheiß drauf. Aber dann meinte Quicks, Bruder, guck mal, die Leute, die warten, die sehen wir in dem Teil. Lasst uns richtig zerficken, weißt du? Zu der Zeit hat er den guten Hype. Wir haben gesagt, komm, nutzen wir aus. Wir waren uns ziemlich sicher und so. Dann hab ich Bock gekriegt. Bei diesem Nugu Boyeng bisschen recherchiert. Ich hab den gut gegeben, dies und das. Nächste Runde, bam, Psychro, bisschen gute Punchlines gemacht. Gutes Video, gefickt, der Nächste kommt. Ich denk, Quicks kommt jetzt auch weiter, dann treffen wir aufeinander. Scheiße, Quicks kommt nicht weiter. Es ist zu warm, wir sind jetzt draußen. Machen wir weiter. Besser ist es dann besser. Kannst du den Jungs jetzt? Auf jeden Fall, Quicks kam nicht weiter. Dann waren wir erst mal und denken, scheiße, unser Plan ist komplett kaputt. Auf jeden Fall, dann musste ich ja erst mal, wir haben schon drei oder vier Parts fertig gehabt zusammen für diese Runde gegen Alu und gegen Julien. Auf jeden Fall waren wir uns so sicher, Quicks kam nicht weiter und ich hab mir über Herr Kuchen gar keinen Kopf gemacht, sag ich ganz ehrlich so. Ich hab den gar nicht wahrgenommen zu der Zeit. Dann wusste ich auf einmal, ich muss gegen den battlen. Ja, toll. Ich war aber in Leipzig auf Montage. Meine Frau war hochschwanger im Krankenhaus mit Blutungen. Und zu dieser Zeit schreibt Julien mir, ey Bruder, elf Tage sind ein bisschen knapp. Ich geb dir zwölf Tage. Willst du mich verarschen, du Hund? Verpiss dich, ich schreib gar nicht mehr zurück. Ich denk so, fuck, was machst du jetzt? Du bist in Leipzig, du hast zwölf Tage Zeit, eine Runde zu machen. Ich denk, ja krass. Auf jeden Fall, jeder der auf dem Bau arbeitet, der kennt das. Du fängst morgens um sechs Uhr auf Montage an, arbeitest bis 23 Uhr, gehst duschen, essen, pennen und den nächsten Tag die ganze Woche durchgehend weiter. Auf jeden Fall, ich komm nach Hause, nur noch sechs Tage Zeit. Dann, ich musste aber an dem Tag ins Krankenhaus zu meiner Frau. Nur noch fünf Tage Zeit. Ich denk mir, ja scheiß drauf, mach einfach nix und so, ne? Reicht's einfach nicht ein, so Herr Kuchen weiter, fertig aus. Weil im Prinzip konnte ich eh nicht antworten auf diesen Johnny, weswegen ich überhaupt mitgemacht hab. Aber dann hat Crick Snow mit mir geredet, sagt der Bruder, komm, die Leute, die wollen was von dir sehen und so. Du hast hier paar Leute aufgebaut, hin und der, die feiern dich und so, mach ne Runde. Egal, gib ihnen einfach. Ja, alles klar, fünf Tage Zeit. Ich zwei Tage ein Beat gesucht. Dann hab ich von Jostens ein Beat genommen, darauf angefangen zu texten. Hab recherchiert ein bisschen über Kuchen, seine Ex-Frau oder Ex-Freundin, Hawaii, dies und das. Ich hab mir ne geile Story überlegt und so, aber ich hab nicht so viel Zeit gehabt, um richtig glaubhaft rüberzubringen so. Das heißt, da wär 0815 geworden. Dann hab ich, äh, ich glaub drei Tage Zeit gehabt und am dritten, also von den drei Tagen hab ich dann an einem Tag wieder alles umgeändert. Komplett, äh, Text wieder geändert, Hook neu gemacht. Ähm, aufgenommen, gemixt, gemastert und vom Studio aus hab ich gesagt zum Kameramann mach Kamera an, ich lauf runter, wir drehen einfach Video, ich schick ab und fertig aus. Was soll ich großartig machen, so, ich kann, kann mir nix mehr Geiles einfallen lassen, kann mir, ich krieg nix mehr auf die Kette, so. Von der Zeit her, dies und das, war alles scheiße, so. Auch Privatleben war viel, viel zu viel gerade, so, ne. Auf jeden Fall, dann wegen den Fans hab ich das abgeschickt, damit die Leute wenigstens was von mir haben, so. Hab ich mir doch in den letzten drei, vier Tagen den Arsch aufgerissen, damit überhaupt was kommt, so. So, mir war klar, ich flieg raus. Zu dieser Zeit, irgendwie, wollte dann Julian, äh, Hurensohn-Analyse gegen Paco machen, gegen einen von unseren Jungs, so. So, Dicka, du machst bei keinem von uns irgendwas, bei keinem. Jeder, der mit uns ist, bei dem machst du gar, gar nix, Dicka, ganz einfach. So, und alle Teilnehmer, die da mitgemacht haben, hat der wie nen Hund behandelt. So, okay, die lassen sich das alle mit sich machen. Bis heute, jeder, Julian, korrekt, der hat mir Klicks gebracht. Natürlich hat der Klicks gebracht. Warum hab ich denn da mitgemacht? Damit ich Klicks kriege. Aber darf der mich wie nen Hund behandeln? Dicka, bevor du mich wie nen Hund behandelst. Dicka, piss ich dich an, Alter. Glaub mir da, ich piss dich an, Alter. Dann denk ich mir, weißt du was, scheiß drauf, Alter. Ich fang meine EP an und lass einfach das Jahr Revue passieren. Dann hab ich ein paar Punches reingehauen und so. Und der soll froh sein, dass ich den Text nicht ausgepackt hab, den ich mit Kriegs eigentlich gemacht hätte. Dann wär Feierabend, Dicka. Ich hab keine Gnade. Dicka, ich bin so ehrenlos geworden. So ehrenlos warst du in keinem deiner Videos. So, und wenn's drauf ankommt, knallt das richtig. Deswegen hab ich gedacht, komm, schließ mit dem Scheiß ab. Scheiß auf den, Dicka, der kann selber nicht rappen und will jedem erzählen, wie jeder zu rappen hat, wie der Texte schreiben soll. Dicka, du bist ne Fotze, du kannst nicht rappen. Lass es sein, du bist lächerlich, Dicka. So hab ich mit 15 gerappt. Das war der Grund. Zu viele Sachen so aufeinander. Würde ich jetzt alles auspacken, müsste ich im JMC richtig anfangen. Qualifikation hab ich überschritten, musste im Nachhinein nur eine nachreichen, damit das nicht aufhält und hin und her. Diese ganzen Bitch-Moves haben einfach irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt hab, jetzt gib ihm ein paar Punches. Nur ein paar Punches rein, mehr nicht. War ein Jahresrückblick, mehr war das nicht. Das war kein Diss-Track für mich, weißt du. Den kann ich auch machen. Wie fandest du seinen Diss gegen San Diego und Kollegah? Seinen Diss gegen San Diego und Kollegah? Hab ich nicht gehört. Wem ist dein Diss? Ich denk mal von Julien, oder? Also so kam die Frage jetzt für mich rüber. Hab ich auf jeden Fall nicht gehört. Scheiße. Warum hast du dich von Nairo One in Nairo umbenannt? Warum hast du dich von Nairo One in Nairo umbenannt? Ich hab mich nicht umbenannt. Ich hieß schon, zu der JMC-Zeit hieß ich schon Nairo, also ohne dieses One. Aber der Song, siehst du, mit dem ich bei Julien eine Bewerbung hingeschickt hab, da war im Titel noch dieses Nairo One. Und ich hab zu Julien geschrieben, ey, ändere das mal und so, weil der Name ist nicht mehr aktuell und so. Eine Woche später oder so schreib ich dir nochmal, ey Dicke, denk dran den Namen zu ändern und so dies und das. Weil zwischenzeitlich keine Antwort kam. Ja, sorry Dicke, hab ich überlesen und so. Jetzt hab ich schon alles auf iTunes drinne, auf Amazon, was weiß ich und so, kann ich nicht mehr ändern. Ist schon eh abgefuckt gewesen. Was ist das denn so? Weißt du, ich mein, du hast die Nachricht gelesen und dann kannst du das nicht mehr ändern. Lest das aber trotzdem währenddessen hoch. So, ich hab mich nicht umbenannt, Dicke. Ich hieß schon eigentlich schon länger so, weißt du ja selber. Ich weiß das, Bruder. Ja, so. Ich hab die Frage auch nicht gestellt. Warum fragst du mich dann, ne? Mach mal Nächste, Bruder. Was war mit Jantendo? Was war mit Jantendo? Der Bruder weiß ich nicht, Mann. Ich weiß selber nicht. Dings, ich hab irgendwie gehört, ich soll den beleidigt haben. Ich hätt den Instagram irgendwie, hab ich ne Nachricht voller Beleidigung geschickt. Und dann die Nachricht wieder gelöscht. Dicke, ich bin kein Kind. Wenn ich jemanden beleidige, dann beleidige ich den von A bis Z und dann steht das. So, dann, wenn ich dich beleidigt haben sollte, was ich meiner Meinung nach nicht weiß. So, dann würde ich dich bitten, dann würde ich dich vom ganzen Herzen bitten, jetzt Screenshots auszupacken, Dicke. Weil du hängst den ganzen Tag auch in deinem Zimmer, nur vom PC oder vom Laptop oder vom Handy oder vom Tablet. So, und machst den ganzen Tag nichts anderes, außer dich über andere Leute zu informieren. So, und wenn gerade ein JBB-Teilnehmer, über das du berichtest, warum dein Kanal überhaupt existiert. Aber pass auf jetzt, warte, ich hol mal was raus. Du musst ja Screenshots davon haben, weil du machst ja von allen Screenshots. Du bist ja YouTuber. Dicke, ich bin kein YouTuber und ich hol jetzt was raus und fick dich eben. Kurz weg, Alter. So, guck mal jetzt, Bruder. Aber ich muss ein bisschen kurz suchen, was der liebe Jan Tendo mir damals geschrieben hat. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn das nicht so ein Pisser wäre, der hätte ein, zwei Ohrfeigen schon gekriegt. Oder der kriegt die auch, wenn ich den sehe und der andere auch, dieser J oder wie der heißt, für dieses Wort mit Bastard-Move und so. So, Dicke, man sieht sich zweimal im Leben. Ich bitte dich, diese Screenshots, die du von der Beleidigung hast oder so, die ich dir geschickt habe, bitte auch einzublenden. Damit du mir mein Recht nehmen kannst. Und wenn nicht, dann halt einfach die Schnauze, Dicke. Jan Tendo schreibt mir auf Facebook. Yo, guten Abend, Naivo. Jay und ich haben uns diese Woche mit einem Großteil der JBB-Teilnehmer auf deren Wunsch zusammengesetzt und beschlossen, aufgrund der aktuellen Lage, einen offenen Brief an Julien in Videoform zu richten. An Aufmerksamkeit. Außerdem gibt es zum Schluss einen Zusammenschnitt von allen Teilnehmern, die dem Gesagten zustimmen, indem jeder sagt, ich bin der und der und stimme zu, bla bla. Unser Ziel ist es, ein Zeichen zu setzen, damit Julien merkt, dass er die Menschen, die sein Turnier groß machen, nicht so behandeln darf. Was habe ich gerade gesagt, wie der jeden Teilnehmer behandelt hat? Schon mit einer E-Mail, dass es bald weitergeht, wären viele Teilnehmer zufrieden gewesen. Stattdessen antwortet er nur den bekanntesten, die Kriegs oder so, die gerade Hype haben. Bei mir kam ja auch keine Nachricht. Will sich mit King ansprechen lassen oder macht andere dubiose Dinge? Das Turnier ist nun auch schon seit drei Monaten pausiert und selbst wenn es diesen Monat weitergehen sollte, was gar nicht mal so wahrscheinlich ist, gibt uns das keine Gewissheit, dass die Teilnehmer in Zukunft besser behandelt werden. Ist auch richtig korrekt. So habe ich nichts einzuwenden. Wir werden ganz genau darauf achten. Also sie werden ganz genau darauf achten. Pass auf. Was wird Julien sagen? Wir wollen ihm nicht drohen. Wir wollen sachlich bleiben und auch nicht dem Vertrag leaken. Allerdings gilt dieser für jeden, solange wie auch das gesamte Turnier geht. Ganz egal, wann man ausscheidet, sodass alle 32 Leute noch sehr lange daran gebunden sind. Okay. Von AT haben wir gelernt, dass Julien bei Verstößen auch recht schnell seinen Anwalt hinzuzieht und nicht zögert, euch zu verklagen. Zuerst einmal möchte ich wissen, wie du zu diesem Plan stehst und ob du vielleicht selbst noch etwas zu erzählen hast. Jeder Teilnehmer bekommt die Möglichkeit, das Video mit allen Parts schon vor Release zu sehen und dann zu entscheiden, ob er dem zustimmt oder nicht. Das Ganze wird auf dem Kanal von Jay erscheinen für ein gerechtes und besseres JBB. Lieber Jantendo, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Ich habe dir auf diese Nachricht nicht geantwortet. Warum nach dieser Antwort, die du nicht von mir bekommen hast, warum schreibst du mir dann auf Insta weiter? Dann kommt von mir gar nichts, gar keine Antwort, gar nichts. Ich war in keiner Gruppe von diesen ganzen JBB Teilnehmern. Ich war der einzige, der nicht da drinne war. Könnt ihr überall nachfragen und so, weil ich mit so welchen Pissern gar nichts zu tun haben wollte. Weil ich von einer ganz anderen Ecke gekommen und so. Für mich waren das alles Hampelmänner so. Ist ja auch egal. Kriegs und so, mit denen habe ich zu tun, aber schon vor dem JBB. Durch Dario dies und das. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf die Seite, Jantendo. Und hier jetzt der Grund, so aus seiner Sicht. Er schreibt mir, yo, kann ich deine JBB-Runde schon etwas früher haben? Kann mich dann direkt an die Analyse setzen. Hab ich die letzten drei Battles auch so gemacht. Ich schreib, ne Dicker, sorry. Von ihm kommt, darf ich denn auch wissen warum? Ich schreib einfach so. Dann kommt zwei Tage nix. Und dann kommt von ihm. Schade, dass ich deine Runde erst so spät sehen kann. Julian scheint meiner Analysen ja zuzusagen. Haha. Okay, ich schreib, nerv nicht. Dann schreibt er, chill, Alter. Hab noch Schule. Unter der Woche ist schwer für mich, das auf die Reihe zu bekommen. Hinter der letzten Analyse stecken 20 Stunden Arbeit und ich hab da Spaß dran. Ja okay, dann hab ich Spaß da dran. Aber wo hab ich dich jetzt beleidigt, Dicker? So, wo hab ich dich beleidigt? Hat dich dieses nerv dich oder nee, Dicker, sorry. Hat dich das so getroffen? Ist das für dich eine Beleidigung, Dicker? Dann glaub mir, dann willst du nicht wissen, was passiert, wenn ich vor dir stehe. Ganz einfach. Wir fassen zusammen. Mich kennt keiner außerhalb vom JBB. Ich hab mit Julian alles zu verdanken. 5,20 Euro, die der mir bis heute noch nicht überwiesen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt recht auf Kohle oder was. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Mich kennt keiner. So, aber er baut seinen ganzen Kanal oder die beiden bauen den ganzen Kanal über JBB auf. Ich hab die nur dadurch wahrgenommen. So, ich wusste, wo die mir geschrieben haben, gar nicht, wer das ist. Bei Jay hab ich auch geschrieben. Nee, Dicker, sorry. Der hat aber noch korrekt reagiert. Der hat noch geschrieben, ja, kein Problem. Aber ich versteh nicht, was der von mir will. Und dann auf einmal krieg ich von Kollegen so Links geschickt. Ja, ey, hier, der hat dich als Bastard beleidigt und so. Er hat eine Reaction über meinen Song Asche gemacht. Mann, du Fotzerlein, dafür brechen Knochen im Gesicht. So, okay, Dicker, du sitzt in deinem Zimmer. In deinem Kinderzimmer. Vor deinem PC. Redest über mich schlecht. Dicker, ruf mich an. Sag mir, komm, wir treffen uns. Ich hab dir was zu sagen. Sag mir das ins Gesicht. Guck, wie ich reagiere ohne Kamera, ohne irgendwelche Aufnahmen, ohne irgendeinen YouTube-Kanal. Und dann kannst du weiterreden. Aber wer bist du, dass du dich traust, das Wort Bastard in Bezug auf mich zu verwenden, Dicker? Du weißt, was das für dich bedeutet. Seid ihr nicht so sicher, Dicker. Mann sieht sich zweimal im Leben. Und glaub mir, ich bin öfter in Köln, als ihr euch vorstellen könnt, Dicker. Wir sind uns gerade alle so zusammen am aufgehauen. Lasst einfach gut sein. Wir werden uns eh sehen. Dann könnt ihr mir das mal alles persönlich sagen. Und dann wird die Sache auch geklärt. Ihr seid mir scheißegal. Ihr seid für mich Kinder, Dicker. Wer seid ihr denn? Und ihr wollt mir alle sagen, ich muss Julien dankbar sein. Wer hat monatelang bei Julien geblasen und hat seinen Schwanz so in den Mund genommen? Erst wollen sie den alle dissen. Wollen sie den offen im Brief, beim Video machen, damit er weiß, dass man... Und dann stellt ihr euch so dar, als wenn Julien euer Vater ist. Und jeder, der was gegen den sagt, als Teilnehmer, als einziger Teilnehmer, weil der die Eier in der Hose hat und die Eier auf den Tisch haut. Und ich bin dann undankbar? Dann bin ich lieber undankbar als ein ehrenloser Hund. Oder ehrenlos waren meine Taten so oder so. Aber ich bin lieber undankbar als ein Hund. Hier, Hunde. So Bruder, was soll ich dir dazu sagen? Mach mal nächste Frage. War Psychro oder Nugu Bojang der bessere Gegner im JBB? Nugu Bojang der bessere Gegner. Ja, ganz ehrlich, ich habe beim ersten paar Mal von Psychro nicht so wirklich alles verstanden. So, aber durch den Text und so, die Punch ist dicker. Klar, Psychro war besser. Aber hat Nugu Bojang da gemacht? Da war ja... Nugu Bojang war der, weil er ein Strahl ist auf dem Auge da? Ja, ja, genau, Bruder. Auf der Brücke, wo ein Handyvideo oder was? Ja, ja, ja. Mit solchen Menschen reden wir nicht. Ja, die AfD lieber wählt und so mit Kacke. Hat der gesagt, oder? Ja, ja. Oder seine Wunder gegen dich? Was hat der gesagt über mich? Nicht über dich, Bruder. Ganz ehrlich, die waren alle Kacke. Aber Nugu Bojang? Ich weiß nicht. Nugu Bojang? Nugu Bojang. Was hat der da verloren? Nein, dicker. Scheiß mal auf die beiden. Der beste Gegner war der Kuchen. Ganz einfach. Jetzt? Auf jeden Fall, muss ich sagen. Auf jeden Fall, Props gehen raus. Fertig raus. Der hat sich auch... Dicker, du musst mal Props geben. Der hat sich Mühe gegeben. Der hat ein gutes Video gemacht. Gute Dings. Klar, was er gesagt hat und so. Manche Sachen waren ekelhaft und so. Der Ratsby-Favorite ist sein Cousin, ja. Ja. Ab heute bist du nur noch Käsekuchen. Aber trotzdem, Props gehen raus. Aus welchem Duisburger Stadtteil kommst du? Aus welchem Duisburger Stadtteil kommt er? Ja, Bruder. Was soll ich dir sagen? Wollen die jetzt wissen, wo ich aufgewachsen bin? Hamburg, Marxlo, Beek, Neumühl, Bruckhausen, Ostacker, Neu... Was weiß ich, Alter. Überall Duisburg. Duisburg. Duisburg ist eins, Mann. Das ist halt so. Sieht überall gleich aus. Außer in Orso. Ja, Mann. Ist doch so. Duisburg Nord. Was war deine Lieblingsserie als Kind? Jetzt nächste Frage. Was denn? Was war deine Lieblingsserie als Kind? Bruder, ich weiß, ich weiß. Aktenzeichen XY, Bruder. Safe. Safe, Mann. Ohne Frage, Digga. Ohne Frage. Was sind deine Pläne für deine musikalische Zukunft? Wirst du mehr mit Cricks und deiner Gang machen oder ein Soloalbum releasen? Pläne für seine musikalische Zukunft? Mehr mit Cricks und der Gang oder Soloalbum? Ja, wie gesagt, passt schon gut zusammen. Mit der Gang natürlich. Wir sind uns gerade am aufbauen. 4-7 Army. Wir machen unser eigenes Ding. Wollen unseren eigenen Weg gehen. Auf keinen mehr irgendwie Rücksicht nehmen. Wir machen alles platt, was uns in den Weg kommt. Das ist das Ziel. Also das ist die Vision. Mit Cricks wird auch was kommen. Am 30.06. kommt das neue Video zu meiner Single mit Cricks von meiner EP Conexus. Auf jeden Fall auch ein starkes Ding. Für später ist auch mehr geplant. Ich hab keines. Mit Cricks noch mehr geplant. Und wir ziehen durch. Wir sind mit den Jungs am Start. Die Jungs sind gerade auch eine EP am machen. Bald wird noch mehrere Infos kommen. Wir drehen durch. 4-7 Army lebt. Duisburg. Wir kommen. Wie kam dein Kontakt mit Cricks eigentlich zustande? Wie kam dein Kontakt mit Cricks? Boah, wie kam dein nochmal? Ich hab damals doch, wo ich in der Ausbildung war, weil ich mit Dario, mit AK, mit dem Cricks Musik macht. Mit dem war ich in der Ausbildung zusammen. Also nicht zusammen in einer Ausbildung, sondern so in den Werkstätten hat man sich so getroffen. Man hat eine Ecke waren die ganzen Leute am Paffen, am Ticken und dies und da hat man sich kennengelernt. So kennt man doch. Ja, Bruder. Also diese Läge eigentlich immer mehr. Ja, voll, Bruder. Ich schwör da, Bruder, du hast das Ding, das ist ein Jahr lang. Du hast das Cash ohne Hände, Mann. Feiern. Egal, ich weiß drauf. Und so haben wir uns kennengelernt am Schulhof da, dies und das. Und ich hab in der Zeit Cricks im JMC supportet, weil ich den gefeiert hab und Cricks hat mich supportet. Und dann hab ich mit Dario gequatscht und so. Und lass uns mal treffen, dies und das. Ein bisschen chillen, so außerhalb der ganzen Kacke da. Und dann sagt er, weißt du was, Bruder, hier, du hast doch hier mit Cricks, JMC und so, ihr supportet euch da auch. Er ist ein guter Kollege von mir, wenn du Bock hast, bring ich den mit. Weil wir haben Auftritt in Duisburg und so, können wir zusammen chillen. Und ich sag, ja, alles klar, wunderbar, dann bring ich meine Jungs auch mit, treffen wir uns alle zusammen, machen wir einen schönen Abend, geben wir was essen danach, dies und das. Das war kein schöner Abend, Bruder. Es war Eskalation, Alter. Es war auf jeden Fall Feierabend. Ich war noch mit Dings, mit Gipsbein und Krücken auf der Bühne gewesen, weißt du noch. Der hat den Niko doch den Zahn verloren. Ja, Mann, der hat Zahn verloren, Bruder. Der Niko steht einfach auf der Bühne, so richtig besoffen, Alter. Dann schreit die Leute an, so, geht mal ab, lan, ihr Uhrense. Ja, ja, war wie, Bruder. Wie hat der Zahn verloren, du faust, oder was? Bruder, irgendwie, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, Alter. Zu viel in und her. Wir sind einfach alle belastet. Ja, alle, Bruder. Bruder, ich steh mit Gipsbein und Krücken auf der Bühne voll am Abgehen, so, weißt du. Ja, so hab ich Quickskin gelernt, durch Dario, so, weißt du. Und dann hat sich das irgendwann so gefestigt, so. Wieso heißt die Gang 4-7-Army? Wieso heißt die Gang 4-7-Army? 7-Army? 4-7-Army, weil ich weiß nur, du hast einen Song, glaub ich, gemacht damals, ne? 4-7-Army. Ich hab einen Song gemacht, der hieß 4-7-Army. Und jetzt, die Leute fangen immer an zu kommentieren. Die schreiben dann Hashtag so und so Army, Hashtag so und so Army. Und bevor der Song kam, fingen die Leute an. Ey, oder hier wird geschossen, ne? Genau. Wie spaßt die, Alter. Irgendeinen Rappernamen und dann dahinter Army. Ja, ja, genau. Und wir haben immer Duisburg gemacht und dann haben die irgendwann angefangen bei mir zu schreiben 4-7-Army. Und dann hab ich gesagt, ich mach einen Song, der heißt 4-7-Army. Und dann kam halt mehr. Dann haben wir beide, glaub ich, die Crew zusammen gemacht, ne? Dann haben wir beide die Crew gegründet. Dann haben wir 4-7-Army so ein bisschen Dings, ein bisschen gepusht. Ja, wir haben das einfach weitergeführt. Und dann haben wir gemerkt, so Dicker, das macht voll Welle und so. Jeder führt sich durch Duisburg und so. Hier kam Blindfort, Mörs, angesprochen und so, ne? Ja, Mann. Dann kam Illo irgendwann dazu. Nock kam dazu. Sari ist auch dabei, der sitzt im Forensik im Knast gerade. So, 4-7, Duisburg. Fertig aus. Bist Du ein Perfektionist? Perfektionist. Safe, Bruder. Safe. Eigentlich schon. Außer wenn es um 5. sein geht. Ja, dann nicht, Bruder. Nein, aber auf jeden Fall. Also der kommt auf neben dem Studio. Ohne Text. Ohne Text. Aber Bruder dann... Legende. Das krass ist auch so, ich glaub der gibt so viel Geld aus für Aufnahmen. Weil er kommt ins Studio, macht den Track halb fertig. Kommt dann zwei Tage später nochmal ins Studio. Macht den dann wieder fertig. Und dann kommt er wieder ins Studio. Und dann ist er fertig. Aber dann ballert der richtig, Bruder. Dreimal aufnehmen. Drei Tage. Für einen Track. Also das ist auf jeden Fall Perfektionismus. Ja, das ist safe, Digga. Und wenn dann jemand nicht gefällt, kommt einfach ein viertes Mal. So. Also ja. Zum anderen Beat. Bruder manchmal schlimm, ne? Der Adlib, mach mal bitte nochmal neu. Ja. Das ist gut. Oder dieser Adlib gefällt mir nicht, schreib mir einen Part neu. Ja mach so. Komm nächste Frage. Ab und zu schon. Ja nächste Frage. Gibt es bereits ein Release-Datum für deine EP? Und welche Feature-Gäste werden auf deiner EP vertreten sein? Gibt es schon das Release-Datum seiner EP? 30. Sechster, Leute. Überall digital erhältlich. Conexus. EP. Nairo. 47 Army. Mit Features von Illo. Seko. Nock. Kriegs. Was wäre unsere nächste Frage? Feature-Gäste auf der EP? Direkt beantwortet. Mehr habe ich doch nicht drauf, ne? Unsere Videos macht MK Productions. Genau unser. Der Typ, der da gerade hinter der Kamera steht. Der soll auch besser hinter der Kamera bleiben. Sagen wir so wie es ist, ne? Wie können die Zuschauer dich nach diesem Interview weiter supporten? Wie können die Zuschauer dich nach diesem Interview weiter supporten? Kauf T-Shirts, ey. Ich schwör, kauf T-Shirts. Schreib mir. Ehrlich, ohne Spaß, Leute. Wir sind gerade alles in die Wege am Leiten. Wir haben T-Shirts gemacht. 47 Army T-Shirts. Rucksäcke. Shirts von der Conexus EP werden kommen. Shirts von uns werden kommen. Wir haben jeden einzelnen Künstler. Wir sind gerade alles am machen. Wir sind alles am aufbauen. Ihr könnt uns unterstützen. Wir haben 47 Army offizial. Instagram-Seite. Seko, Illo. Ihr könnt uns supporten. Naibo, Nock. Instagram, Facebook, YouTube. Unseren Kanal abonnieren. 47 Army. Ja, wir bauen uns jetzt auch gerade ein Studio auf. Ja, man. Ab dem 1.7. haben wir ein eigenes Studio. Bauen wir uns auf. Wenn Leute irgendwie Aufnahmen brauchen, aufgenommen werden müssen, können die in Zukunft auch zu uns kommen. Wir machen das Ding ganz groß. Schreibt am besten auf der 47 Army. Und ihr könnt immer noch T-Shirts gewinnen, Freunde. Wir machen dieses einfach noch eine Woche länger. Dicke, nach diesem Interview. Wir machen einfach noch eine Woche länger. Gewinnspiel mit sich klappt und das Gewinnspiel noch nicht. Und ihr habt noch nicht zu sehen. Hey, grüß dich. Hallo. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Hallo. Mahlzeit. Wie sind die ergangen? Warst du da noch lange gewesen? Bei der Ute? Letztens bei der Ute? Ja. Warst du noch lange gewesen? Bis um vier? Ja. Das ist ein paar andere. Bruder, was ist jetzt eigentlich mit Feature? Wann kommt Feature raus? Du hast ja aufgenommen. Krass, ein 16er. Ich bin nicht mitgekommen und so. Ja. Ja. Ich weiß noch was. Bruder, ich habe auch mal versucht, mit dem Feature zu machen. Bruder, der macht fünf silbige Reimauf. Dann mach mal einen Reimauf, Kanarienvogel. Krass. Das ist Hip-Hop. Das ist Hip-Hop. Das ist Hip-Hop. Schöne Antwort, ne? Ja. Du bist ja real soon. Ja. Mach gut nach Hause. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Ruf an. Mahlzeit. Ciao, Chef. Wir sehen uns. Grüß die Rute. Pass auf, ciao. Haben wir noch Fragen? Letzte Worte. Letzte Worte. Ja, grüß mal auf jeden Fall ein paar Jungs. Digga, ich soll letzte Worte sagen. Nicht du, Alter. Ja, grüß mal ein paar Jungs, habe ich gesagt. Okay. Grüß mal ein paar Jungs. Grüß du, Bruder. Grüß du einfach. Komm, wer hat das letzte Wort? Ich grüße. Naivo, Conexus, 4-7 Army. Willkommen. Gib dir die letzte Worte, Bruder. Wir müssen rein. Ich grüße meine Felgen. Wala war nicht korrekt. Ihr müsst jetzt leider im Keller warten. Winter hole ich euch wieder raus. Wen willst du noch grüßen? Guck mal, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie irgendwelche Sachen nicht richtig beantwortet habe. Weil im Kopf so viele zeitliche Angaben und so. Ich weiß auch nicht immer alles. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach. Wenn irgendwas unklar ist und so. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen Klarheit verschaffen. So, 4-7 Army, wir kommen. Wir machen weiter. Wir hören nicht auf. Fängt die Seite an. Und dann mein Friseur. Keiner Wichser, Alter. Werde ich nicht vergessen, Alter. Ich gehe nicht ins Detail. Aber wir haben Streit, Alter. Also ich wollte noch jemanden grüßen. Es war die Frau, die mich heute gefragt hat nach dem Ausweis, wenn ich Kippen gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ich aussehe wie zwölf. Das geht nicht. Kind! Wollen wir noch jemanden grüßen? Ich wollte auch noch jemanden grüßen. Ich grüß euch alle rot rein, Alter. Wir haben keine Poker, doch wir legten selbst die Karte rein. So viele Fehler auf dem Weg zu einem richtigen Mann. Denn sowas wie die echte Liebe habe ich nie gekannt. Komm mit der Gang, wer will uns aufhalten, Mann? Vom Schuhvereintrag zum Bausparvertrag. Überhaupt kein Erbarmen. Wir hatten zwischen Racken hier gewohnt. Doch ich hatte ne Vision, raus aus der Kanalisation. Ey, für viele in meinem Viertel zerfallen die Pläne zu Staub. Und die meisten in meinem Alter geben mir Leben. Und die meisten in meinem Mensch